Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online Und Junge, dieser Panos, der ist doch einfach schrecklich Ja genau, Panos spielt wieder mit und ja Er tötet hier lauter unschuldiger Männchen Und ich hol mir die Kohle Mit seinen verfickten Golfschläger Und ich hab die Hälfte des Lebens, weil ja Ich hab auch schon eins drüber gekriegt User, habe ich euch alle beide getroffen Überfall ich ihn jetzt einfach mal Ja Lars, der Kussgrad perfekt ohne Sport Warum? Ich hab dir bei WhatsApp geschrieben Ja, was du? Ja, das übrigens Lars Sag doch mal bitte Hallo Lars Also du hallo, nicht Lars Ja, wir nehmen gerade auf, dass du das gecheckt hast Oh, Entschuldigung Ja, ich spiele es mit Ne, kann es auch mitspielen Scheine einfach die Lobby, GTA Ja, warte ich, lade ich ein Ja, okay Bei uns ist jeder herzlich willkommen Das freut mich Mich auch Ähm, ja, was machen wir denn jetzt, Panos? Lars, äh, den, der hat ne Idee, wie wir rumglitschen Nein, wir tun nicht rumglitschen Und zwar nicht mit diesem, nein Nicht mit diesem Account hier, nein Es ist, wir bekommen kein Geld oder, äh, Ding, ja, es ist, IP oder sowas, wir fliegen nur weg Das ist, was wir vorhin andauernd gemacht haben Ah, mit Auto rumglitschen, dass dann quer über die Map fliegt Achso, ja, ähm, ja, vorhin habe ich ausversehend X gedrückt Lester hat mich angerufen und er meinte, er kennt mich auch und ich kenne ihn nicht Deswegen fahren wir da mal kurz hin Ist auf mein Motorrad Ja, jetzt, warte Jetzt überfahre ich dich erstmal Alter Du hast mir Nein, 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 nein Das hättest du nicht tun dürfen Das hättest du nicht tun dürfen, du Lutscher Renn um dein Leben Ach, ich schaue Du kleine, dreckige Hure So, ich bin jetzt der Einladung gejoint und bin alleine Forever alone Da ist er Der ist nicht auf unser Server Ja Ich gehe kurz dabei zu Lester, mal schauen, was der für mich hat Thanos, ich versuche mal, dir einfach so zu joinen Ja, ja, das ist, wenn Thanos irgendwas macht Egal ob einladen, Fluchtfahrzeug zu fahren Er noobt einfach überall rum Ach komm Ich kann doch nicht mehr einladen Ich meine Einladung, das ist das Simpleste der Welt Was kann ich dafür, wenn er nicht joinen kann? Und er schafft es trotzdem Ja, zu noben Ja, Panhard muss mich doch einladen Ja, hab ich noch nicht, oder was? Warte, ich lade ihn ein Schick mir erstmal ne Freundschaftsanfrage Ich hab die Luft geöffnet Vielleicht kann nur ich Dich hier einladen Ja, ich konnte dir auch einfach so joinen Oder hast du geschlossene Freundesitzung? Geschlossene Freundesitzung, wie immer Ja, deswegen kann er nicht reingehen Ja, dann soll er mir Ne Freundschaftsanfrage stellen Ja, machen Er heißt der Hure Ich bin kein Griecher, Panas Ich bin auch kein Italiener Leck mich Der leck mich User, enter your channel Jetzt geht hier wieder die Party Ja, jetzt geht die Party wieder ab Okay, hab geschickt Ja Achso, du bist Bolbi27 Ne, ich hab dich in der Freundesliste Ja Ah, ne, 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 bei Gamma hab ich dich Ich hab der Gamma, ja Ja, ja Ganz kurz, Leute Moin, moin Ja Moin Was war vorhin los? Also, Afgar Und am Sonntag So Was? So Sonntags Achso, ja Soll die mittlerweile drin sein Ja, jetzt sind wir hier bei Lester Und Ja Lester wieder nur Und mal schauen, was sich hier ergibt Sollen wir in der nächsten Folge, ähm Bei diesem Strand gehen, wo alle nackig rumlaufen Jetzt machen Jetzt machen Ich hab anders mal das Dorf gezeigt Ja, das meine auch wahrscheinlich Ja Feiergäste mit denen dort wieder hin Komm, da gehen wir jetzt hin Okay Lester mich Vollgelästert hat Okay Ich ruf'n Heli, ja Einladung schicken Ja Hol' du schonmal Heli und dann kommst du direkt vor der Haustüre von Lester Aber ich dachte, du wärst jetzt auch so über Level so 150 oder 700 Wer? Ja Nein, das ist mein Let's Play Account und Hier tue ich exklusiv nur Let's Playen Kein Glitchen, kein Money Lobby oder so'n Scheiß Dann werde ich gebannt Ja, dann ist das Scheiße Ja, die Schrotspuren von Panos, die sieht man noch an mein Auto Schniegel, gell? Ja, dafür wuchst du aber heute noch Büßen Aber ich kann mich nicht killen, ja? Ich glaub, ich komm drauf Wo seid ihr? Ich bin drauf Kannst du mir irgendwie sagen, wo das ist? Am Arsch der Heide ist es Am Arsch der Heide, okay, was für'n Ausdruck Wer ist denn hier, der Level 1000er? Wat? Wow Achso, ja, Caspar ist back Ja, er sollte hier Headset gleich auch schon wieder anmachen Moment, Alter, bleib da, wo du bist, ja? Ich hab' ich schonmal gelesen, dass wenn man Level 1000er ist, das Spiel voll rumbacken Ja? Ja Das glaube ich eher kaum Ja, weil sonst wär' er ja jetzt nicht hier Lass' mal hier warten Ja I'm on the road Mann, dieser Dom, der geht mir auf den Sack Oh, du bist auch nicht schick Ja, klar doch Willst du was sehen? Willst du was sehen? Guck mal, ich geb dir einen Headshot und dann bist du tot Willst du was sehen? Willst du was sehen? Zeig Nee, komm Nee, ich bin nicht so einer, ich has' ja nicht Panos Lass, kannst du mal einen Wegpunkt dahin machen, Delta bitte nicht töten Okay 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 Warte, ich ziel auf deine Pickle Wo soll ich den Wegpunkt dahin machen? Er hat so nen Nacket Ice Okay Lass mich mal fliegen What the fuck, flieg weg, flieg weg, flieg weg, da schießt jemand doch nicht Flieg, flieg Kann ich den Panos eigentlich hier einen Headshot kebeln? Ich würd's ausprobieren an deiner Stelle Mach ich ja schon, aber es funktioniert nicht Ne, sobald ich mich zu Panos dreh, äh, schießt die Waffe nicht Schade Ich kann aber den Granat in der Hand halten, dann macht's Boom Ja, warte für ne geile Aussicht Ja, warte für ne geile Aussicht Na Panos, stinkst du nicht mehr Doch, er hat sich noch nicht geduscht, macht er nach der Auseinahe Ja, diese zwei Minuten da, was wir da noch Zeit hatten Oh, ich glaub wir müssen nochmal ne Zwischenlandung machen Oh Panos, bist du dumm zu fliegen? Warte Was? Wir müssen irgendwas bauen, wenn irgendwas ist und den Berg kommt Also Leute, ähm, an dieser Stelle hier Wo Panos hier, oder der andere Kumpel von Panos Den Punkt gemacht hat Ist diese nudisten Strand Oder sowas in der Art Oder ein nudisten Dorf Ja, da haben sie alle Schwänze von draußen Und die Muschi Ich glaub da sind keine Frauen Da sind nur Frauen Da sind keine Frauen Doch, da sind nur Frauen Aber nur richtig selten Aber nur richtig selten Gehen wir dahin um uns Männer anzugucken? Selten ich ruhen? Oh, okay Ich fliege gerade mit zwei Eher So schwule Menschen Oh, der Heli macht schlapp Gerade irgendwie ist er wohl so abgestützt Egal, bringt uns doch Nein, 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 nein Nein, nein, nein Nicht runter, nicht runter, Junge Was machst du? Ja, okay, hol dir an ein Der Heli kriegt jetzt nicht runter Der Heli kriegt jetzt nicht runter Wo bist du ein Zigeuner? Ne, wenn wir jetzt landen Das dauert viel zu lange für die Aufnahme Oh, 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 komm, komm, komm Starte! Der Heli, der ich hafte es Warte, ich hab kein, ich hab kein Fallschirm Panos, lande! Ich hab kein Fallschirm Egal, das wirkt mit mir gleich Das wird nichts Panos landet! Wir bleiben Landet jetzt! Das ist jetzt auf jeden Fall Stranger Junge, nicht ins Wasser landen Nicht ins Wasser landen Alter, ich will gucken Sterbe ich, wenn ich jetzt springe? Nein Das überlebst du 100% What the fuck? Ich geh jetzt direkt hier raus Junge, Junge, Junge Also seid ihr beide jetzt hier Da du dir rum genug hast, kriegst du jetzt erstmal einen Headshot Warte, bleib stehen Nein, hör auf, ich bestelle sogar einen Autofenviersitzer Alles recht flottes Nee, komm hier Level einsteigen Ich Alter, komm jetzt, ich hol den Viersitzer Jetzt hol den wir Argen Komm, wir fahren schon nach vorne Ey, jetzt Sieginas Nee, nix Sieginas Wenn du hier rumnoobst Ja was, ich bin ein Noob hier rum Was soll ich machen? Fahr recht gechillt, ne? Ich mein, du bist in einer Aufnahme Also gib alles Meinst du mich? Ja, dich Scheiße Okay Du bist nicht der wirkliche Drift-Down-Zone Ja, das ist irgendwie besser Delta, er kann schlechter wie ich Auto fahren Oh Gott Aber ich kann nicht das vermuten Darf ich fahren? Okay Passt halt, er hat ein super cooles neues Auto Warte Scheiße Warte 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 Hen Ich bin tot Oh Junge Mach'se kaputt Junge Mach Panos kaputt Panos hol'se dir Pass Schießt du grad auf mich? Ja Panos Baa du scheiß Pop man Hör auf den Poli Hör auf den Poli Ey bin ich geil oder bin ich geil? Alter Loll der fette Eisgarten Loll Die haben hier im Zwingel Die zieht den Bastard Also fahr einfach mal weiter rum Einfach rumfahren Ich glaub wir sind hier ein Müsste richtig sein Hier Loll warte Da Da müsste es jetzt sein Der müsste irgendjetzt Oh Panos wir sind wieder falsch wie beim letzten Mal Lass mich mal fahren Ne komm Sag einfach wohin Warte 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 Oh mein Komm einfach mal hin Könnt ihr mir helfen Warte War Panos war das hinter der Siegerei oder davor Warte ich gucke Glaube ich weiß wo ihr meint oder? Weißt genau wo das ist Dieses Dorf meinte Gert Wir sind viel zu weit Wir sind viel zu weit Ne Panos ich fahr nicht Panos ist gestorben Ja wir standen neben Und die Polizisten hab ich gedübt Mahon die Polizist Ja hat auch die Polizisten wegen euch Ihr seid komplett falsch Übrigens hallo Caspar wir nehmen auf Und ich fliege Servus Caspar Jascha Auch genannt Jascha Oder auch Caspar ist back Ersterweise Punkte vor mir Ich glaub wir werden sterben Ich bin das Zeig ein bei mir Nein mit Delta stirbt man nicht Ist das da wo wir hin müssen da? Keine Ahnung man Ich hab das auf YouTube gesehen Ich war da mit Panos aber Ich weiß genau wo das ist Lars Ja ich auch da wo du bist Nein das ist sehr gut Nein das ist sehr gut Ja Und bei der oben Ja Weiter oben und wo Also wie ihr da ist so kleine Streifen Lars Also kleine Streifen Ah hab ich hab ich glaube ich Nehmen den Radrennen und Falsch im Sprung und alle Zwischen und Glaub die Bullen haben uns Ja Wir fahren lieber weg Es ist so wenden Es ist es das Fuck der Police Nein 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 wir sterben nicht mit Mehr stirbt man nicht Das ist ein Wegpunkt Jetzt mach mal einen Wegpunkt Junge Kommt da ein Kommt da ein Ja Panos sind jetzt Recht richtig Warte ich bestimmt Warte ich google einfach kurz Leute ich weiß wo das ist Lars Ich warte tschüss Ja warum seid ihr da noch nicht Wir sind noch nicht da lange gekommen Oh Leute Wo ist das denn jetzt Ja warte ich bin am googeln Nein ich weiß genau wo das ist Man 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 Schaffst dir's heute noch Ja warte hier ist es warte Kannst du meinen Sand King nehmen Soll ich dir eine Kugel geben Da gibt's doch was Der Weg ist so komisch Ich bin noch nie den Weg da lang gefahren Dom Halt die Schnau Kommt auch Wir waren da doch vor gestern Wie kannst du das vergessen du Mongo Ja genau Ich weiß wo das ist man Ja dann sag doch wo es ist Ich sag doch guck mal Guck dort zwischen Radrennen und Fallschirnsprung Da ist so ein kleiner Strich und das ist Ja warte Zwischen Radrennen und? Zwischen Radrennen und? Ja du scheiß Video Wir sind da aber auch egal Seid ihr da? Ja Nicht das war sogar Falsch wo er markiert hatte Seid ihr da? Ja Ja Wir stehen direkt davor Ich knall den Typen hier ab Ah ok Hab Weggrund gesetzt Ja die sind aber wieder angezogen Was? Ja musst du einfach warten Die respawn ja Ok Das sind voll die Oh das Das sind voll die Zielschuss Die laufen dir sogar hinterher Egal wo lang Mein Firefox ist abgestürzt Übrigens solltest du den Adda verkaufen Kann ich nicht Ich hab den gekauft als das Spiel rausgekommen ist Entschuldigung Soll ich mir den nochmal kaufen Um den dann zu verkaufen können Tolles deutsch Junge 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 Ja ich hab nicht auf die Straße geguckt Airbag 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 das nützt uns hier nix Hehehe Junge komm jetzt Mach hinne Man Man Blip Die ist schiart Hast du Sterne der da? Nein Panos aber wahrscheinlich Hehehe Wo weißt du das? Seid ihr da einfach reingefangen? Weil es ist immer die Du bist Hehehe Immer Egal was passiert Panos ist es What the fuck Das ist doch normal Warum sterben sie alle? Da hier sind schon ein paar nackt Wo sind sie nackt? Hier Hier hinten Da Er so war mit einer Sniper dran Hey der ist doch nicht nackt Hier der da Hier der Hier der Warte ich muss die Nein nicht drehen Mann Ich werde das Das sieht doch aus Warte 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 Ich will das denn Zuschauert Zeigen Mann Ja bei mir ist der so Falt auf Boden warte Ne so auch gehen Man sieht den kleinen Schnibbeln Und er sieht die Tote aus Kann das sein Warum Sie wollen Die von mir die Kohle Boah 300 Dollar Wir sollten mal öfter herkommen Aufwenden kannst Neu Kasper is back Ist gestorben Ja ich hab grad mal Wie ist das möglich Als Level 100er Euer 1000er meine ich Wenn man Berg runterfällt Passiert das halt Also du bist mit dem Berg runtergekugelt Neu wer töntet mich da Welcher Zigeuner schießt mich da ab? Tja welcher Zigeuner schießt den Panos ab? Warte Ich hab' den Wagen geholt Wenn einer sterben tut Wenn nicht Junge jetzt sterbt Wir müssen warten bis gewiesen Komm Ich will doch nur Die letzte Kugel und du bist dort Alle Partners töten Musste sein Loll Wie hast du den Äh Ding Wie hast du den Leisten wahrbekommen? Skill Ja ich kann ihn dir auch ein besorgen Boah das wäre geil wenn du mir ein besorgen Ey warum hab ich zwei Sterne? Kannst du mir den auch besorgen? Kein Problem dann müssen wir aber unter die Stadt fahren Ja und? Oh thank you Das Ding sieht awesome aus Das Ding sieht awesome aus Erstmal mittel-leicht Passten wir alle da rein? Ja oder? Hinten? Ne leider nur zwei Leute Besorgen Fuck die Police ihr Bitches Egal das sind eigentlich zwei Stück Delta fährt Pulitzer Wagen Junge Delta gib Gummi Junge Gib Gummi Welcher Gummi Ich bin hier Der nehmt mich Warte 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 Er steht wieder auf Und gibt mir ne Scholl in die Fresse Oh Pando Warte Warte auf mich Ich bin tot Lass uns runter in die City fahren Ja man Warte 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 Hier holt mich ab Junge Danke dass keiner mein Auto mit so rein geht Oh mein Gott Alter wollte ich mich verarschen Ja Sigi mein persönliches Fahrzeug wurde von Polen beschlagnahmt Das ist schön Der weiter soll ich dich abholen Ja das wäre nett Ich komm hier nicht weg Ok Ja äh Es macht jetzt langsam Langweilig und lang Das Video Deswegen würde ich sagen Ich mach die Aufnahme jetzt zu Ende Und wir nehmen sie wieder auf Wenn endlich Bolby sein Arscher hinbewegt hat Bis nächstem Mal Leute Ja ey ey Boi Junge ich kommend ab Killerkarre Und wie sie alle immer die Fresse halten, man sagt tschüss oder auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tö. Ciao. Ciao, ciao.